die straßensperre und den boot spende wassersperre aufgebaut wassersperre sachen gibt oh oh come on ok du auch oh was das assig ich bin mir kurz das ist echt ein richtig krass und mindlich ja ja ist ja gut come on ich seh nix ich seh nix wie soll ich die killen ich muss das bitte mal ja 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 wo ach da was für helikopter wollen die mich verarschen ach der wer ballert mich denn die ganze zeit an stirb wer fetzt er denn die ganze zeit schau schau den helikopter von überall wo ich sehe du bist der freundlich ich mag dich ja war es das jetzt ach der war das kann man hier runter schau ok heilige scheiße was zur helikopter was zur helikopter was zur helikopter was zur helikopter ha ist nicht ganz witzig hier es geht richtig ab ich muss mich übertrieben konzentrieren gerade wofür schau 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 dat was zu schau nach schau nach schau nach Übertreibt's doch Oh Junge, was willst du eigentlich? War's das jetzt? Wäre great Geh nach vorne und räume den Weg zur Yacht Frei Ja, ja, ja Geh aber weg Will ich spawn hier doch, ey, wie unfair Ich hab noch 58 Leben, was geht hier ab? Aha Ist hier noch einer? Hallo Oh Heilige Scheiße Bitte lass da oben Leben sein Oh mein Gott Ihr glaubt gar nicht, wie eng das hier gerade ist Stirb Ja Was geht denn hier ab? Was ist hier real? Die rollen die jetzt hier weg Wir stellen nur einfach mal einen nach dem anderen Oh, jetzt geht's weiter Haben wir's geschafft? Äh, bitte Puh, das war eng Ich hatte einmal 17 Leben Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott Das war knapp Das war wirklich knapp, du Oh mein Gott Oh mein Gott Während ich weg bin, könntest du mir einen Augenblick auf, Mercedes? Ich denke, sie könnte sich selbst nachsehen, aber sicher, ich werde einen Augenblick aufhalten. Danke, amigo. Hasta luego. Adios, amigo. Direkt zu Dias? Ja, können wir machen, oder? Ja. Okay, wie fahren wir denn am besten zu Dias? Es ist einfach hier durchs Meer. Perfekt. Das ist das erste Mal, dass wir hier mit dem Boot fahren, ohne dass wir wegen der Mission machen. Okay, die Mission hat uns auch aufs Meer geführt. Ja, eigentlich ist es auch die Mission. Aber sonst würde ich mich auch nicht aufs Meer bewegen, weil ich mehr so am Land bin. Ich finde das Meer nicht so tolle. Oha. Abgesperrt. Okay, hier ist offen. Dödödödödöd. Auf hoher See. Okay, eher weniger hoher See. Ah. Lärmes Boot. Geht eigentlich. Lärmes Boot. Lärmes Boot. Hm, wie kommen wir da rauf? Ich hab... Ja, war ja nicht irgendwo mal ein Steg gewesen. Hm. Da müssen wir wohl noch ein bisschen weiter rumfahren. Mal gucken. Wie kommt der... Ach, da ist gleich der Steg. Der kommt da gleich. Da ist er. Da sind wir hier auch so drauf... Ah, nein! Da fangen wir mal ein Stil rauf hier. Oh. 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 Ja, kein Moment. Ich bin fast am ertrinken. Hey Tommy. Es ist Paul. Ich habe nur von einem Musch gehört, dass du ein wirklich nütziger Mann bist. Niemand hat eine Offenheit für dich, als ein großer Mann auf einmal. Er hat einen großen Schraub gemacht. Aber nicht sagen, dass ich dich nie bemerkt habe. Bosting ist ein Mugs-Games, son. Ja. Okay. So. Jetzt ist die Frage, ob ich mir noch eine Kugelsichere holen sollte. Ich bin mir ja nicht sicher. Wie weit ist denn das Ammonation von dir entfernt? Ich glaube, ich fahre kurz zum Ammonation. Der kleine Ausflug da. Mit so einer schönen Karre geht das auch schnell. Sehr. So. Jetzt machen wir mal los. Fahre ich mal über diese Insel ist kürzer. Dann müssen wir, glaube ich, nach rechts. Ja, genau. Dann nach rechts. Und dann haben wir auch gleich schon das Ammonation. Da ist da. Okay. Ja, aufpassen. Aufpassen, 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 aufpassen. Ey, da ist mein Stallion noch. Ich dachte, die werden immer gelöscht nach einer Zeit. Oh, ne. Wo war denn das jetzt? Ja, geht doch mal alle weg. Ihr nervt doch alle nur. Merkt ihr es nicht selber? Los, 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 los. Zwei Leben. Ja. Haben oder nicht? Haben. Kommt, Leute. Ihr steht alle im Weg. Merkt ihr das selber nicht mehr, oder was? Ah, da ist er doch. Oh. 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 Polizei hat nichts gesehen. Nö. Das geht ihm gar nicht. Oh. 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 Wow, ganz ruhig, Leute. Ich will keinen Stress. Ich will einfach nur zu Dias fahren. Und das Beil da mitnehmen. Was hat mich denn gerade? Oh, Katana. Dann lasse ich meinen Katana lieber. Ist noch ein Stück stärker als hier das Beil. Ich glaube, die Katana ist die stärkste Nahkampfwaffe mit der Kettensäge. Nein, war füssig. Geh weg, geh weg, geh weg. Alter. Ja, 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 okay. Gut, was ist das für eine Mission? Pizza Mortale. Ja, ich mag es. Hm, sieht brutal aus. Da sitzt er, Dias. Oh, wir sollen Dias erledigen? Oh, geil. Okay, dann wollen wir das mal machen. Wir erledigen ihn. Hier wird keiner mehr überleben. Niemand wird hier überleben. Wir werden euch alle auslöschen. Wohin geht's, Lance? Oh, der folgt mir nur, okay. Komm, suchen wir mal die nächsten Feinde. Da hinten sind die. Fack. Ja, so macht das auch Spaß. Einfach nur sinnlos rumballern. Okay, hier werden uns bestimmt noch mehr Feinde erwarten. Mal gucken. Bestimmt hier drin, Heidi. Wir wollen uns doch hier hinter das Licht führen. Ich pack mal meine Shotgun aus. Man weiß nie. Man weiß nie. Ganz ruhig. Sorry, Lance. Das wollte ich nicht. Scheiße. Ich hab Lance geschlagen. Lance. Pass auf, Lance. Nicht sterben. Junge. Nicht sterben. 换ne.